Hallo und herzlich willkommen bei Häkeln mit Woldoza. Das benötigte Material steht unten in der Infobox. Um keine Anleitungen zu verpassen, abonniere gerne meinen Kanal. Heute häkeln wir diesen Kranz für unser Mobile. Ich benutze hier immer so einen Holzring. Die genauen Maße stehen halt unten in der Infobox drin. So, so wie Acrylwolle. Wir machen jetzt eine Schlaufe und machen die Häkelnadel so durch. Setzen das Ganze an den Ring an und umschlingen jetzt komplett einmal so rum und schlingen das Ganze einmal so durch. Immer mit einer Kettmasche. So, den Anfangsfaden häkeln wir gleich ein Stück mit ein. So, also einmal rum und durchziehen. Das wiederholen wir jetzt komplett bis der ganze Ring so umschlungen ist. So sieht es jetzt aus. So, die Maschen alle so in eine Richtung hoch schieben. Wir setzen jetzt, wenn wir fertig sind, eine Kettmasche an, eine Luftmasche und drehen das Ganze rum. So, ich zähle immer so drei bis vier Maschen und jetzt folgt immer in eine Masche drei Stäbchen. So, drei Stäbchen. Dann drei Luftmaschen. Das schließen wir zu einem Picot. So, also immer hier durch und mit einer Kettmasche schließen. Es folgen weitere drei Stäbchen in genau die gleiche Masche. Zwei und die dritte. So sieht es jetzt aus. So, drei Stäbchen, ein Picot und drei Stäbchen. Und jetzt zählen wir wieder so drei bis vier Maschen, dass gerade dieses Stäbchen so flach aufliegen. So, und verbinden das dann mit einer Kettmasche. So, das werden jetzt die einzelnen Spitzen. So, jetzt zählen wir wieder so drei, vier Maschen ab. Das muss auch ganz so genau sein. Halt einfach nur, dass das Stäbchen quasi richtig flach aufliegt. So, wieder drei Stäbchen. Drei Luftmaschen. Drei Luftmaschen. Diese wieder zu einem Picot mit einer Kettmasche schließen. So ein kleiner Knuppel oben entsteht. Und wieder drei Stäbchen in die gleiche Masche. So, wieder schauen, dass das Stäbchen aufliegt. Und mit einer Kettmasche verbinden. So sehen jetzt die einzelnen Spitzen aus. Das wiederholen wir jetzt komplett um den ganzen Ring halt herum, bis wir vorne wieder bei dem ersten angekommen sind. Jetzt sieht es so aus. Der Ring ist jetzt fertig umhäkelt. So sieht man schön die ganzen Spitzen. Ja, der Endfaden wird dann noch vernäht. Und das war auch schon, ja, das Umhäkeln des Ringes halt, ne? Ich zeige euch jetzt noch, wie ich die einzelnen, ja, mobile Anhänger dran mache. Ich habe hier die kleine Wolke, so Sterne, kleine Bälle und Herze. Alle diese Anleitungen findet ihr ja in meiner Playlist. So, ich fange jetzt an, dass unten halt ein Herz hängt. Ich stehe das so ein und verknote das. Der Faden dann einmal so durch das Häkelstück durch. Ja, jetzt ist ein bisschen verknuddelt. Mal wieder. So, einfädeln. Und so durch, ja, einfach so durchstecken, dass der Faden verschwindet. Das Ganze dann abschneiden. Und jetzt wirklich großzügig sich ein langes Stück Faden abschneiden. Das Ganze wieder auffädeln. So, ich mache jetzt weiter mit der Wolke. Ich setze also eine kleine Wolke oben drüber. So steche ich unten in die Wolke ein. Und einmal so raus. Und dann wieder, also durch eine andere Masche halt, so komplett hier rein und durch das Häkelstück durch. Dann bleibt die Wolke später an ihrem Platz. Oder sonst was mit Kugeln. Hier seht ihr jetzt ein Bild mit den ganzen Sachen, wo ich rein gemacht habe. Also ja, Kugeln, Wolken, Herzen und der kleine Teddy. Um das zu verbinden, stehe ich dir dann einfach hier oben so ein. Und ziehe das, ja, auf die gewünschte Länge, die ihr haben wollt. Den Faden noch nicht abschneiden, auch nicht vernähen. Einfach so hängen lassen. Erst, ja, fädelt ihr jetzt alle möglichen Teile ein. Also außenrum, um das mobile herum. So. Und diese Endfäden, wo oben hängen bleiben, die, ja, einfach am Schluss alles so zusammenholen und einen Knoten reinsetzen. So, am besten immer darauf achten, dass es immer ein bisschen, ja, gegenübergesetzt alles angeordnet wird. So, wie ihr sehen könnt, oben dann alles zusammen einfach festknoten. Noch ein kleines Stück lassen und wieder einen Knoten setzen. Ja, dann kann man es prima halt aufhängen. Ich hoffe, die Anleitung hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lässt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.